Willkommen aus München und zwar haben wir eigentlich das Samsung Galaxy Alpha erhalten hier in der schon bekannten Verpackung, die wir auch schon von anderen Smartphones von Samsung gesehen haben. Schön ökologisch heißt es kann auch abgebaut werden mit Soja hier beprintet, also bedruckt und auf der Rückseite haben wir hier mal ein paar technische Daten wie zum Beispiel das ist Alpha 4,7 Zoll groß ist, ihr habt es schon in unserem Handsome Video gesehen von der IFA. Wir haben auch hier wieder einen Fingerprint Sensor drin, also Sicherheit und auch den Puls Messer drin, damit wir dann schön schauen können nach dem Sport wie schnell unser Herz bewegt. Wir haben einen Octa-Core Prozessor drin von Samsung selber, also 2x Quad-Core mit 1,8 und 1,3 GHz jeweils die 2x4 Kerne und dann eine 12 Megapixel Kamera vorne bzw. hinten und vorne eine 2,1 Megapixel Kamera und wir können sogar 4K Videos hier aufnehmen von denen ihr ein paar Test Samples hier in unserem YouTube Channel auch sehen könnt. Das 4,7 Zoll ist bei einer HD Auflösung, was aber auch völlig genug ist, denn zum Beispiel das iPhone 6 hat die ähnliche Auflösung bzw. die gleiche Auflösung, kann man sogar sagen, bis auf ein paar Pixel Unterschied. 1,334 glaube ich statt 1280 zum Beispiel in der Höhe. Dann haben wir einen 1.868 mAh Akku, den wir austauschen können und das Handy ist nicht wasserdicht, aber ist kurz in den ersten Smartphones von Samsung, die einen Metallrahmen außenrum haben, wie auch bei dem Note 4, das ich hier auf meiner Nase liegen habe, mit dem wir es auch gleich vergleichen werden. Bei einem iPhone 6 habe ich leider nicht zur Art zum Vergleich, aber ein 6 Plus zum Beispiel. Wir haben GPS und GLONASS drin, also ihr könnt weltweit schön die Satelliten nutzen, um euch navigieren zu lassen, soweit ihr die Daten offline drauf habt und hier unten steht noch mal der Name SMG850F, heißt das Smartphone. Genug reden über technische Daten, schauen wir uns das an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Noch ein bisschen verschmiert, weil ich habe es auch benutzt, also das erste, was ihr kriegt, ist auf jeden Fall das Smartphone schon mal. Den Akku habe ich schon mal auch reingetan. Des Weiteren kriegen wir natürlich hier auch noch etwas zu lesen. Ja, muss ich glaube ich nicht weiter im Detail sagen, dass da eigentlich nur Sachen drin stehen, wie zum Beispiel, wie man Android benutzt oder wie man die SIM-Karte einlegt. Dann haben wir natürlich einmal In-Ear-Kopfhörer und dazu auch das passende Kabel und zwar mit einem Knopf und nochmal ein Plus und Minus für Lautscha-Regelung. Also ihr könnt die Anrufe annehmen, den letzten Song gehen und auch die Lautscha-Regelung. Dann haben wir einmal ein Micro-USB-Kabel in weiß und natürlich noch ein Ladegerät, kein Ultra-Fast-Ladegerät oder so wie beim Note 4 zum Beispiel, sondern stinknormale 1,55 Ampere bei 5 Volt. Heißt, ihr könnt innerhalb von 1,5 Stunden, wenn ich das richtig im Kopf gerechnet habe, euer Handy aufladen oder 1 Stunde 20 Minuten im Idealfall, aber normal will es eigentlich mal um die 2 Stunden dauern. So, also der Akku ist schon drin, kann ich euch kurz zeigen, einfach hier oben bei der Kamera, da wo so eine kleine Mulde ist, die Rückseite abmachen und schon seht ihr hier den Akku mit NFC und auch den SIM-Karten-Slot und ich glaube, das Handy hat sogar gar keinen Micro-SD-Slot, deswegen haben wir auch 32GB-Speicher, habe ich glaube ich vorhin erwähnt, oder? Genau, 32GB-Speicher und keine Micro-SD, außer ich spinne jetzt, aber nein, ich sehe nichts. Aber ihr seht es glaube ich genauso gut, dass wirklich nur der Akku und die SIM-Karte hier reinkommen würde, ist jetzt allerdings auch gerade eben nicht drin. Dann hier dieser Hard-Rate-Sensor und Blitz, dann natürlich hier noch daneben die große 7 Megapixel-Kamera und vorne haben wir die 2 Megapixel-Kamera. Seitlich haben wir immer beim Daumen rechts hier entsprechend den An- und Ausschalter, oben den Kopfhörer-Anschluss mit einem Mikrofon daneben und dann noch hier auf dieser Seite den Lautstück-Regler in einem schönen Metall-Gehäuse und natürlich Micro-USB zum Laden und noch einen Lautsprecher und auch ein Mikrofon. Also Sound kommt hier diesmal nicht hinten raus, wie bei anderen Samsung-Handys. So schaut es so vorne aus, wir können einfach mal hier die Tasse drücken und dann sollte das, ups, jetzt hat, dann geht das hier auch an und wir können hier mal reingehen und dann seht ihr hier, dass es ganz natürlich schön schnell läuft und wenn ich die Kamera kurz aufmache, dann seht ihr auch gleich, wie gut die Kameraqualität ist, ist wirklich genial, top. Wie gesagt, wir können nicht nur Full-HD, sondern auch UHD aufnehmen, also extrem schnell hier könnte man sagen und ich kann das Ganze nochmal kurz umdrehen und dann könnt ihr auch in der Frontkamera dann hier meine Kamera sehen, wenn ich hier das kurz wegdrücke, hier bei Low-Light eigentlich auch noch völlig okay von der Qualität vor allem. Ich habe hier ein starkes Gegenlicht, aber schaut auf jeden Fall gut aus, auch bei der Geschwindigkeit keine Mängel. Auch hier können wir Full-HD-Videos aufnehmen oder natürlich einfach Selfies schießen. So, ja, mehr will ich das jetzt gar nicht erzählen. Ich habe hier, wie gesagt, das Note 4 noch zum Vergleich. Ich mache das Display mal aus. Dann sehen wir von vorne, schauen sie schon mal auf jeden Fall ähnlich aus, dank dem Metallgehäuse. Auf der Rückseite schauen sie auch ähnlich aus, bis auf die Struktur ist etwas anders und auf das Metall übrigens etwas anders. Aber wie ihr sehen könnt, beide sehr schicke Geräte. Gibt es aber auch in Gold übrigens das hier. Dann, was ähnlich ist, ist zum Beispiel das Lumia 830. Ähnlich wo die Kameras vorne hinten ist das Affordable Flagship von Nokia bzw. Microsoft mit einem etwas größeren Bildschirm und nur 300 Euro Preis. Also auch billiger als die 450, für die gerade das Alpha angeboten wird. Aber das hat mit 650 Euro UVP angefangen, das Alpha, denn es galt ja auch als Flagship. Und wenn wir jetzt schon bei 400 Euro sind, 450 Euro, können wir auch das LG G3 nehmen. Das gibt es für 3 bis 400 Euro gerade aktuell mit aber erweiterbarem Speicher und noch Wireless Charging sogar integriert. Und 5,5 Zoll Display gegen 4,7. Aber wie ihr sehen könnt, von der Größe her kein großer Unterschied. Hätte ich jetzt nicht gedacht, obwohl hier der Bildschirm viel viel größer ist. Und ich finde die Kamerade auch noch ein Stückchen besser. Wenn ihr ein Metall-Fan seid, hat HTC auch noch das M8 hier mit einem 5 Zoll Bildschirm auch nicht viel größer, finde ich. Ich habe jetzt kein Mini hier. Das wäre, glaube ich, noch eher konkurrent, wobei preislich die beiden eher in der Konkurrenz stehen. Und hier nochmal die Dicke. So, und dann habe ich hier noch ein anderes HTC liegen, das ich auch super finde mit einer 13 Megapixel-Vornkamera bzw. 13 Megapixel-Kamera auch hinten. Das ist die Saia AI. Plastik, aber dafür wasserdicht und auch hier erweiterbare Speicher und so weiter und so fort. Schaut euch meinen Test dazu an. Auch ein schickes Handy. So, iPhones zeichnet jetzt keiner. Habt keine Lust dazu. Aber im kompletten Test zum Alpha findet ihr auch natürlich den iPhone 6, 6 Plus und 5S Vergleich von der Größe her sehr wichtig. Aber an sich findet ihr das auch in meinem YouTube-Channel. Also einfach mal schauen. Da sind schon Vergleichsvideos einzeln drin zu den iPhones. Von daher vielen Dank, dass du die Schauter hast. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balaschka und das war das Alpha im Unboxing von Samsung der Galaxy Serie.